Musik Wie läuft es denn gerade bei euch? Ja, mittendrin, ne? Wir mussten zweimal drehen, weil sie es ein bisschen verbockt hat. Ja, genau. Textlich war das nicht ganz sicher, jetzt ist es besser. Wir sind gerade im Workshop vor bei U-Porter. Da lernen wir, wie man mit einem iPhone einen guten Film dreht. Und wir sind in Gruppen aufgeteilt und wir sollen jetzt einen Kurzfilm drehen, oder Kurzvideo drehen. Ja, wir müssen jetzt Schnittbilder machen, vor allem, da hinten an der weißen Kurur da. Ich glaube, dass es einfach eine Vielfalt geben wird, die es bis jetzt so nicht gab, die einfach neue Möglichkeiten aufmacht, die auch Leute mutiger werden lässt, Sachen umzusetzen, die man bis jetzt vielleicht so nicht umgesetzt hat. Wie läuft das nicht? Ja, ich glaube, dass es schon mal gut ist. Ja, ich glaube, dass es hier ein bisschen vertrecht. Untertitelung des ZDF, 2020